hallo und recht herzlich willkommen auf meinem kanal und zu einem neuen folge horizon zero dawn weiter geht's mit der quest im grenzbegiblich zu der walds lager das lager müsste 364 meter weg sein ich würde sagen wir machen uns mal auf den weg dorthin schauen wir mal was uns da erwartet ich würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr mir am ende dieser folge ein like da lasst ein kommentar oder auch ein abo würde ich mich sehr sehr freuen weil ihr wisst ja leute support support kann nie schaden so schauen wir mal das ist ja schon wieder für ein vieh und sägezahn oder was ne ein verwüster okay wir haben aber noch keine neue brutstätte gefunden sind die brutstätten die eingezeichnet auf der karte kann ich mir das sagen brutstätte panorama eisblumen oder verdorbene zone ich glaube ich habe da hier noch eine andere brutstätte gesehen gehabt aber ich weiß jetzt nicht wie das zeichen aussieht panuk lager panorama weißt du was ich da glaube ich glaube dass wir so einen komischen lang hals brauchen oder kann das sein dass wir die brutstätte finden das könnte doch eine brutstätte sein oder das könnte doch eine sein weil wenn wir nämlich mal gegen quest schauen und brutstätten die brutstätte sieht man notizbuch war denn das irgendwo habe ich die zeichen gesehen gehabt irgendwo hatte ich das zeichen gesehen gehabt ich weiß nicht mehr wo das war aber ich glaube das könnte eine brutstätte sein hier genauso wie hier dann würde ich sagen schauen wir uns mal irgendwann in den nächsten folgen mal um weil das ziel der brutstätten ist ja wenn wir die brutstätte schaffen dann können wir andere maschinen überbrücken das heißt die kämpfen dann für uns oder wir können sie auch reiten das wäre natürlich schon cool wenn wir mal irgendwie eine großen viecher überbrücken könnten dann müssen wir uns die finger nicht schmutzig machen leute schau mal wie sie irgendwas was ist denn das für ein vogel das wäre nice wenn wir so einen vogel überbrücken könnten und hier durch die durch die über die karte fliegen könnten das wäre mal cool war irgendwie ist es hier verdächtig ruhig ich habe das gefühl das wirklich an oh was ist das für ein Vieh egal was ist das für ein Vieh oder das ist ein Boss oder sowas kann auch sein jetzt schauen wir erstmal mal hier wo ist das Lagerfeuer da unten ist das Lagerfeuer so viel zum Thema Sicherheit wir machen das Lagerfeuer an ich glaube das Vieh das fliegt gerade über uns hinweg alter ist das ein Vieh was ist das ey da ja der trackt es nicht ich glaube dass es ein Boss ist maschinenareal entdeckt Sturmvogel aber den nimmt er nicht sind diese kleine Vögel oder sowas wenn ja der ist es dann wird es ich weiß er ist sehr diese sind So, ich glaube wir müssen mal ein bisschen langsamer gehen jetzt. Das könnte ja das Lager schon sein hier. Wir müssten eigentlich ganz nah dran sein jetzt. Und scannen doch gleich mal hier die Gegend ein bisschen ab. Wie das irgendwelche komischen Vögel hier auf dem Felsen rumsitzen. Und uns piksen wollen. Ich möchte mal wissen, gibt es in dem Spiel eigentlich NG+. Leute, wisst ihr das? Schreibt es mir mal in die Kommentare rein, wenn ihr das wisst. Würde mich sehr interessieren. Okay, Zwischensequenz. Okay, das scheint... Oh, was ist das? Die haben die gefangen genommen. Okay. Okay. Wir rücken nach. Okay. Vielleicht kann ich die überbrücken. So, jetzt schauen wir mal, was wir machen müssen hier. Erledige die Fremden und die Maschinen. Okay. Okay, Pfeile sind alle voll. Ich schau mal, ob ich hier rauf gehen kann. Da wären schon Gebüsche, wo man sich ein bisschen verstecken könnte. Oh, da kann man sich hier verstecken. Ja, hier kann man sich verstecken. So, ich werde die mal hier bei rufen. Was sind denn das für Maschinen? Langbein. Für Wüster. Die kann ich, glaube ich, doch nicht überbrücken, oder? Ich weiß eben nicht, wenn ich die jetzt anschieße, ja? Erstens, äh, sind die dann von den Ketten runter und greifen mich an. Dann habe ich das ganze Lager auf mich. Oder eben nicht, das weiß ich eben nicht. Aber ich könnte ja mal nah rangehen, dass ich die vielleicht gleich so killen kann. Das probieren wir jetzt einfach mal. Vielleicht kann ich, komme ich da ran. Und kann die gleich so erledigen. Ich kann hier gar nicht machen. Alter. Es sind mehrere angekettet. Okay, was ist denn für eine Schwäche? Ich habe es genau gewusst. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was ist das? Was ist das? Oh! Okay, der ist down. Okay, der ist auch down. Oh, ist denn das geil? Für Wüste-Kanone. Na, wir haben doch gleich so. Egal. Okay. Ist das der hier noch schönes? Ist das Kinder oder was? Ist das irgendwie Kinder? Nein. Ja! Äh, mal Fighter nachproduzieren. Äh, fangen wir mal Energie auf. Stirb. Nein. Okay, müsste es gewesen sein, hoffe ich mal. Oh, da, was ist denn das? Wächter. Machen wir den wieder down. Ja, jetzt machen wir erstmal die ganzen Dinger hier auf. So, ich muss echt mal einen Trankbeutel bauen, weil ich kann echt nicht viel Tränke nehmen. Ich hab bloß, wie viel hab ich denn überhaupt? Sechs. Zwei. Ist nicht so prickelnd. Na, da kommt man nicht looten. Okay. Dann hat auch bloß ein Trank. Okay, Tränke. Schauen wir mal weiter. Kommen wir da hoch? Oh, das hört sich nach Maschine an. Das hört sich nach großer Maschine an. Dann häng ich hier hoch. Das sollte nicht halt sein. Tore treiben. Wir kreisen sie ein. Immer fertig sind. Ich bin machinlos. Das war, was ich mich machen? Wir fangen was, wir fangen alle an. Ich fang mal. Das ist, was ich. Ich weiß nicht ganz... Ich fang mal wieder. Ich fange hier zu. Ich fange einfach mit lam. Und ich fange auf alles. Ich fange auf dich. Ich fange auf dich. okay dann ballern wir dir noch weg geiles ding wir nehmen alles mit natürlich ist das hier zünder ok ein teilschirm also mit den waffen ist echt cool dass man die runter ballern kann und dann hier gegen die viecher selbst benutzen kann geil jetzt schauen wo wir langen müssen hier ich behalte die knarre erstmal ok doch nicht fail ich nehme die knarre mensch hey schon irgendwie so mit Gas zu sein oder sowas richtig auffällig da wurde wohl jemand überrascht sie geht der war als striker ich bräuchte bloß die knarre wo ist denn der jetzt da hinten ist er holzen wir doch mal rauf auf ihn ok mit der waffe ging es relativ einfach damit schützen sie sich wahrscheinlich vor diesen schrecklichen tönen ok schauen wir mal immer mal was ist denn das hier für wüsterkanone was ist denn da drunter 14 Schuss bloß naja die tun wir wieder weg ist nisch mehr Feuerspucker das nehme ich mit 30 Schuss ist auch nicht mehr recht viel aber besser wie nisch würde ich sagen schauen wir mal drunter Schallgerät Entfernt ok Ah das ist das Schallgerät von der wo die Quest angefangen hat wo sie doch auf den Holzbock da rauf gebaut hatten anscheinend Derwall wollte mich brechen ein netter Versuch ich hätte bei dir sein sollen warum hast du nichts gesagt ich weiß ich trinke zu viel aber nein du Idiot derwall schickte eine Nachricht er wollte mit mir verhandeln ich nahm dich nicht mit weil das ganz klar eine Falle war dir sollte nichts passieren aber die Falle war leider zu gut hätte ich nicht gedacht hör zu derwall plant etwas Großes in Meridian er sagt Havad wird erleben wie Rauch seine Sonne verdunkelt Dein König braucht dich keine Kindereien mehr du musst jetzt schnell erwachsen werden ok versprochen und wehe wenn nicht kleiner Bruder oh ich glaube das wird sie nicht überleben Ersa nein nein bitte ich enttäusche dich nicht versprochen errennt es es tut mir leid wir müssen derwall finden aber Meridian ist groß ich ich gehe hier alles durch vielleicht gibt es einen Hinweis ok dann suchen wir doch mal alles ab diese Maschine wurde akribisch auseinander gebaut was hat derwall durch seine Basteleien gelernt will ich das überhaupt wissen was für ein seltsames Gerät wunderschön gearbeitet Haufen achso jetzt begutachten was wohl passiert wenn ich es einschalte ich glaube es funktioniert so jetzt sagt etwas meine Täubchen ich weiß nicht was soll ich denn sagen was du willst ich will nur deine nur Notizen über seine Basteleien und da steckt ein Brief zwischen den Seiten viel Lohe auf dem Weg nach Meridian wenn wir die finden finden wir bestimmt auch der wahl kann ich das nochmal abspielen kann ich das nochmal abspielen ich glaube ich habe etwas gefunden gehen wir zurück zum Palast geh ich bleibe nicht lang ich muss mich noch um meine Schwester kümmern okay neuer Hauptquest die Sonne soll sinken ihr gebt dich zum Sonnenpalast im Meridian okay Leute ich würde sagen an dieser Stelle machen wir einen Cut und würde mich auf jeden Fall freuen wenn ihr wieder einschaltet es ist sehr sehr spannend aber ich möchte eigentlich jetzt in der nächsten Folge nicht mit der Hauptquest weiter machen weil ich wollte eigentlich mal die paar Nebenquests da abschließen weil sonst werden es immer immer mehr zum Schluss habe ich die ganzen Nebenquests noch offen und die Hauptstory ist schon durch das wollte ich eigentlich nicht gut wenn es euch gefallen hat würde mich auf jeden Fall über ein Like Kommentar oder auch Abo freuen und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bis dahin ciao ciao euer Andi